Wir starten den Emolution Podcast. Wir wollen euch kurz ein kleines Intro geben. Was macht eigentlich der Emolution Podcast und was könnt ihr erwarten? Und das Ganze mache ich nicht alleine, sondern mit meinem kongenialen Partner. Stell dich kurz vor, wer bist du und was heißt überhaupt Emolution Podcast? Mein Name ist Leon Bosbach. Vom Namen könnte man jetzt ableiten, wer ich also bin. Direkt zum Thema Podcast. Warum haben wir den Podcast ins Leben gerufen? Das ist eigentlich ganz einfach erklärt und zwar wollen wir Plattformen bieten für verschiedenste Themen. Verschiedenste Themen auch besprechen im Bereich Immobilien, dafür das Wort Immo und im zweiten Teil das Thema Solution, also Lösung oder auch Evolution, also die Transformation. Ich denke, daran kann man schon sehr, sehr viel ableiten, worum es in diesem Podcast gehen wird. Das werden wir natürlich auf verschiedenste Themenbereiche basieren. Im Kern Thema Branding, Marketing, Akquise, Einkauf und Verkauf im Bereich Immobilien. Also Bereich Immobilien heißt konkret für die Zielgruppe Immobilienmakler. Das ist unser Geschäft. Das ist unser Business Coaching und Consulting für Immobilienmakler. Und wir haben natürlich auch noch andere Interviewgäste und wir haben auch hier Episoden, so will ich es einfach mal nennen, zum Thema vom Makler oder von Maklern für Makler. Da haben wir auch schon ja die erste Folge abgedreht. Leon, erzähl doch mal dazu ein bisschen was. Ja, also das Format, die Idee dahinter, die werden wir natürlich auch mit in das Groß und Ganze, also Immolusion reinpacken, aber so als ein bisschen gesondertes Format. Die Idee ist einfach, dass wir eine Plattform herstellen können, wo die Leute sich mit identifizieren können. Also jemand, der genau aus der Branche kommt, der über die Kernprobleme im Alltag oder auch zu den Anfängen da eben drüber sprechen kann, aus Erfahrungen, die er tagtäglich lebt, womit sich natürlich da draußen sehr, sehr viele in dem Bereich auch identifizieren werden. Deshalb vom Makler für den Makler war die Idee dahinter. Erste Folge haben wir schon gemacht, hast du gerade angesprochen. Jeder, der sie noch nicht geschaut hat, schaut es euch an. Was ihr von uns erwarten könnt, ist logischerweise Real Talk. Also das heißt, wir reden hier nicht um den heißen Braten rum, sondern wir nageln die Dinge ein. Und das heißt aber auch natürlich, wir werden auch unbequeme Dinge ansprechen. Nicht nur die einfache, schnelle Lösung, um den Kopfschmerz zu lösen, sondern wie man die Probleme hinter dem Problem lösen kann. Kann man das so einfach auf den Punkt bringen? So kann man das auch nehmen. Perfekt. Hier einfach ganz kurz die Aufforderung nochmal in die Kamera auch rein für den YouTube Bereich. Abonniert unseren Kanal, abonniert den Podcast, setzt uns ein Like, geht in die Infobox rein. Wenn ihr sagt, da haben wir Bock drauf, ihr könnt euch natürlich mit uns auch connecten und in Verbindung setzen. Da freuen wir uns sehr drauf. Und im Prinzip ist es das auch schon für das kurze Intro gewesen. Wir freuen uns riesig. Wir werden regelmäßig Content liefern. Wir werden regelmäßig On-Air gehen sozusagen. Und wir geben also jetzt sozusagen den Startschuss und geben Gas für den Emolution Podcast. In diesem Sinne. We'll see you guys next time. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.